Ab dem 1. Juni 2014 ist die sich ihr angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die vollständig renovierte Etagenwohnung liegt in Willig. Das im Jahr 1983 erbaute Haus verfügt über eine Etage. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 55 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 450 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Die Wohnfläche der Etagenwohnung beläuft sich in der ersten Etagenwohnung beläuft sich in der ersten Etagenwohnung. Die Wohnfläche der Etagenwohnung beläuft sich in der ersten Etagenwohnung beläuft sich in der ersten Etagenwohnung. Die Wohnfläche der Etagenwohnung beläuft sich in der ersten Etagenwohnung beläuft sich in der ersten Etagenwohnung. Die Wohnfläche der Etagenwohnung beläuft sich in der ersten Etagenwohnung.